Müdigkeit kennt keine Grenzen. Müdigkeit kennt kein Pardon. Müdigkeit kennt keine Grenzen. Ah, das sind die gleiche noch mal wie eben, ne? Tyrande Illidan, das waren doch die aus, ähm, ja, ja. Aus Warcraft, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Ja, wir haben noch eines Warcraft-Team. Ne, hier, Untotenkarte. Ich komm grad nicht drauf. Ich steh aufm Schlauch. Törme. Ja, Törme des Unals. Ja, aber ob das die gleichen waren, keine Ahnung. Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Die Schlacht wartet. Die Schlacht, fünf, vier, drei, eins. Das war's für heute. Das war's für heute. Ha! Oh Gott! 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 Oh excuse me! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin wieder gesund. Was ist sonnig von mir? Man, als Eichhörschi kann ich ihn nicht killen. Ja. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Ich bin nicht. Ich habe ihn nicht. Ich bin nicht. Bist du uns alle in einer anderen Ruhe? Ich fange gleich wieder keine Mana ab, aber diesmal... Noch keine Mana? Diesmal! Ich bin gut, ich bin gut. 3 Minuten hock ich schon zurück, wie lange ich dich denn noch vom Leben habe ich können. Ich kann doch auch springen. Wenn du ein Schäfchen bist, ne. Ja. Haben wir unten einen Vollstack? Das ist doch nicht so gut. Wie ist es? Okay. Das haben wir richtig gut gemacht. Okay. Ugh. Dude. So, können wir jetzt hochgehen? Och mann, ich bin geschluckt. Du kannst ja auch springen, ne? Jaja, das bringt mir hier nix mehr. Dafür dürftet ihr, jetzt kommen wir alle hoch. Nur mal so nebenbei. Dem ich mich gefressen haben. Komm! Ja! Was hab ich mir da vorgestellt. Du hast so viel Limin gespielt, Kai, ne? Was du gerade meinst? Ey, die haben jetzt die Limin gefressen. Geil, was geht's? Sobald ich nach vorne geh, bin ich tot. Die wollen mich. Fokus Morales und so. Typische. Irgendwie sterben die aber auch nicht. Nee. Jetzt ist der Olle wieder hier. Auch der wieder, ey. Geht der mir auf die Nerven. Keine Mana. Geht der mir auf die... Geht der mir auf die Nerven. Ja, ich hab auch keine Mana. Ich bin auch leer. Ja, lass mal weg, ich flieg uns hin. Puh. Ja, Drapchip ready. Drapchip. 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 Oh, ich bin schon wieder gefressen. Wieso denn immer mich? Ich bin doch so... ...haarig. Boah. Oh Gott. Ich bin nur noch auf Autopilot. Das ist mir nicht böse. Hier wird's ungemütlich. Ich zieh mich erstmal zurück. Oh, ich bin jetzt schon dabei. Schon dabei. Oh, ich bin nur noch auf Autopilot. Das ist mir nicht böse. Hier wird's ungemütlich. Das ist mir nicht böse. Oh, ich bin nicht böse. Das ist mir nur noch auf Autopilot. Das ist mir nicht böse. Das ist mir nicht böse. Das ist mir nicht böse. Das ist mir bloß. Ist mir auch noch auf Autopilot. Das ist mir besser auf dem Bug. Hier ist es mir nicht böse. Das ist mir vorstellen. Ich muss noch auf Autopilot. Und das ist mir auch noch ein paar Dinge. Das ist mir gerade jetzt offen. Ich bin gefressen. Das ist doch nicht wahr. Ich muss vorher noch mal Mana holen. Ja, mache ich auch. Ich kann ja direkt wieder rein porten. Ich bin gefressen. Ich bin gefressen. Was ist das? Ja, aber gerne. Ah, nicht genug Burst Damage. Mit zwei Heilern. Ah, davor die Runde hatten wir auch Morales und Funkelchen. Ja, aber... Und zwei Tanks. Ja, aber der Damage fehlt nicht. Das hat nur nicht genug auf einmal. Diesmal haben die Gegner zwei Tanks. Ja, aber auch die Stoffis fallen nicht um. Und zwei Heiler. Ja, weil die Tanks sich ja dazwischen schmeißen. Ah, nee. Ich geh ja schon mit dem Ding auf die hinteren. Ich mein, klar, du kannst das jetzt nicht so gut steuern mit dem Ding, aber... Ich glaub, das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, die haben ja auch Doppel Support. Ja. Ja. Oh, das... Der Schlachter, du, ey. Unfassbar. Ah, Illidan macht hier einfach den Unterschied, ne? Ah, Illidan macht halt fast Damage. Vor allem countert der... Zumindest der Chromi ziemlich. Ja. Auf geht's los. Oh, los los. ? Luz, 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 Luz